Hi meine Lieben, ja heute gibt es einen neuen Primark Haul von mir und ich habe mich gefreut endlich mal wieder in Primark zu sein, weil ich für meine Verhältnisse jetzt schon eine Weile nicht mehr drin war. Das waren so um die 8 Wochen, das ist für manche natürlich gar nichts und total oft, aber da ich ja täglich daran vorbeikomme, ist es für mich echt schon selten mal 8 Wochen nicht drin zu sein. Ich habe natürlich eher so Wintersachen gesucht, wobei ich sagen muss, dass Primark total viele Kleider noch hatte, also ich weiß nicht, die hingen da in Massen noch da, also jetzt braucht man ja keine Kleider mehr, aber okay, die hingen halt da noch mega viel da und wer noch auf der Suche ist oder Lust hat sich da so ein Schnäppchen zu machen, kann da gerne mal schauen, also die haben noch viele Kleider und sowas. Ja, aber ich habe es mal bei Winterklamotten belassen und wir fangen auch gleich als erstes an mit den Oberteilen. Also ich habe mir Pullover gekauft, zum einen ist das so ein Pullover hier, der hat so einen integrierten Kragen, also wie so ein Schal, nur dass er eben halt, ja, schon mit drin ist. Und hat ein wunderschönes Muster, ich stehe ja auf diese melierten Muster und, ja, finde ich sehr schön, dass es so eine Schwarz-Weiß-Optik, die dann eben grau aussieht und hat so ganz, ganz feine, helle, silberne Fäden drin. Also es glitzert und glänzt so ein ganz kleines bisschen und umgeschlagene Ärmel hat es auch noch, die auch relativ weit vorne sind, also die enden bei mir dann so, also ich mag das sehr gerne. Und dieser Pullover hat jetzt 16 Euro gekostet und ich habe den mir in Größe 40 gekauft, also ein, zwei Nummern größer, wie ich eigentlich trage, weil der sonst nicht lang genug wäre. Also er ist schon lang, aber ich möchte, dass er über den Po geht und dieser hier geht gerade so knapp über den Po und deswegen wollte ich den dann auch größer haben und das sieht auch ganz gut noch aus, also nicht zu schlapprig. Deswegen habe ich mir den eben ein bisschen größer geholt. Dann habe ich mir noch so einen ähnlichen Pullover geholt. Der sieht so aus. Auch nochmal so eine graue Optik, aber ein bisschen dunkler gemacht und die, ja wie soll ich sagen, diese Strickmuster, diese Verflechtung hier sieht ein bisschen anders aus. Er hat jetzt keinen Kragen oben, das ist ein normaler, runder Halsausschnitt. Und ja, ist länger als der andere. Den habe ich mir jetzt ganz normal in meiner Größe 36 geholt, die ich fast immer trage. Der hat die Ärmel ein bisschen weiter unten, das bedeutet, es hat so ein bisschen den, ich nenne es mal schlapprigeren Style, also ein bisschen Fledermausärmel mäßig. Und ja, gefällt mir aber trotzdem sehr gut. Also der Unterschied ist schon zu erkennen, also das Muster ist deutlich heller und grob gestrickter und das hier ist so ein bisschen feiner gemacht und dunkler. Aber ja, hat mir sehr gut gefallen und diese hat jetzt 14 Euro gekostet. Dann habe ich mir so Leggings mäßig was gekauft. Die sehen so aus. Ich finde dieses Muster wahnsinnig schön hier, also richtig schön zum Chillen für daheim. Also ich würde die nicht auf der Straße, glaube ich, anziehen. Wobei bei der hier würde ich es mir sogar noch überlegen. Aber, ähm, nein, das ist nicht so ganz meins. Aber für daheim finde ich die so, so wunderschön. Und, ähm, die war noch gar nicht so teuer. Die haben jetzt 12 Euro gekostet und ich finde die so schön weich und angenehm. Und mich hat das Muster eben total überzeugt hier. Musste ich einfach mit dem Korn nicht liegen lassen. Und dann habe ich nochmal so was ähnliches ein bisschen heller geholt. Das sieht dann so aus. Finde ich auch sehr, sehr schön mit diesen Rentieren drauf und eben diesen Norden. Norweger Muster, finde ich wahnsinnig hübsch. Also zum Vergleich, einmal so und einmal so diese Musterung. Relativ ähnlich, aber doch nicht gleich. Also ich wollte dann doch beide haben. Und ich glaube, die hat genauso viel gekostet. Ja, auch 12 Euro. Gab es da in Massen. Dann kommen wir zu den Accessoires. Ich habe mir solche Strümpfe gekauft. Das sind extra so mega flauschige, die innen auch nochmal gefüttert sind. Also richtig extrem. Mehr für daheim. Und die sind auch nochmal mit Noppen verseht. Also hier unten sind so durchsichtige, milchige Noppen. Und darin rutscht man einfach nicht so aus auf den Boden. Also die heben richtig gut. Und solche hatte ich auch schon mal in Grau, glaube ich, von letztem Jahr. Und ich fand die richtig klasse. Und für 4 Euro mussten die dann auch noch mit. Dann habe ich mir ganz normale schwarze Socken geholt. Die hole ich mir fast immer. Das sind 5 Paar Socken. Und die kosten bloß 3 Euro. Dann habe ich hier solche Socken. Und ich liebe ja Eulen über alles. Und dann fand ich das so niedlich. So eine schlafende Eule. Dann ist ein Paar so. Ganz okay eigentlich. Ganz normal. Ist jetzt nichts so Besonderes. Und dann nochmal eins mit so kleinen schlafenden Eulen. Das fand ich so, so niedlich. Und die haben jetzt nur 2,50 Euro gekostet. Und sind, wie gesagt, 3 Paare. Dann habe ich mir so einen Loopschal noch mitgenommen. Der ist so hellbraun und schwarz in einem. Und ich fand das einfach wahnsinnig schön. Ich habe jetzt eigentlich genug Schals. Also ich muss aufhören, mir Schals zu kaufen. Aber ich fand das so, so schön gemacht. Und man muss da nicht ewig rumschlingen. Das ist einfach so gemacht als ein Loop. Und ja, für 6 Euro musste der dann auch mit. Dann habe ich mir noch so ein Mäppchen. So ein Make-up-Mäppchen mehr oder weniger noch mitgenommen. Das hat jetzt 4 Euro nur gekostet. Und ich mag sowas, wenn es eben so eine Schleife drauf hat. Und so ein gestepptes Muster. Finde ich auch sehr schön. Hat zwei so kleine Fächer. Und ja, davon kann man ja irgendwie nie genug haben. Ich habe auch solche Mäppchen oft in meiner Tasche drin. Und habe dann irgendwelches Zeug drin. Das muss gar kein Make-up sein. Sondern jetzt in der Herbstzeit zum Beispiel so Medikamentenzeug oder Gutsche oder Taschentücher oder keine Ahnung was. Was in der Tasche einfach nicht so rumfliegen soll. Und dann packe ich das noch in so kleine Mäppchen. Und das fand ich so niedlich. Und ja. Dann habe ich mir natürlich auch so, wie so viele, dieses Must-Have jetzt im Herbst, Winter bei Primer gekauft. Das ist diese super cozy Strumpfhose. Das ist eine sehr blickdichte. Ich glaube, die hat 300D. Also sehr, sehr blickdicht. Und ja, das ist einfach eine schwarze Strumpfhose. Ich habe die jetzt auch schon mal kurz angehabt, um sie zu testen. Und die ist eben so ganz leicht in gefüttert. Also ja, sehr, sehr schön vom Tragegefühl her. Und ich muss sagen, die gab es jetzt nur noch in LXL. Und ich habe mir schon gedacht, oh mein Gott, jetzt kannst du dir gar keine super cozy kaufen. Und habe jetzt einfach mal auf gut Glück die LXL mitgenommen. Weil ich auch generell Strumpfhosen immer ein, zwei Größen größer kaufe. Und ich habe in den Hosen meistens M. Und habe gedacht, das wird mir jetzt viel zu groß sein. Aber es passt. Lustigerweise passt es. Also und sie sitzt auch recht eng. Also nicht so schlapprig oder so. Also ich weiß dann gar nicht, wie die anderen Größen ausfallen. Also ich weiß nicht, was es da noch für Größen gibt. Ob das jetzt SM oder ML oder so heißt. Auf jeden Fall gab es nur noch LXL. Und das hat mich voll genervt. Aber ich wollte einfach die Hose. Und sie passt wirklich richtig gut. Und ja, also die ist total stretchy und super angenehm. Kann man gar nicht meckern. Die hat jetzt 4 Euro gekostet. Dann habe ich mir nochmal eine ähnliche geholt. Die heißt Velvet Plush. Das ist so nochmal dicker. Also irgendwie doppelt so dick. Gab es auch wieder nur in LXL. Und dann habe ich schon echt gedacht, oh, ich reite mich da richtig rein. Weil wenn ich die aufmache und anziehe und ich muss sie anprobieren, dann kann ich die bestimmt nicht mehr umtauschen. Aber auch die passt. Was nicht so toll ist, wenn einem eine Hose passt, die 1, 2, Nummer mindestens zu groß ist. Aber das ist ja wie so eine Leggings. Ganz eng geschnitten. Und die ist nochmal viel dicker. Also das ist, wenn es richtig Minusgrade hat. Und ja, finde ich super. Also es trägt auch nicht wirklich auf, weil das ist ja dann so eng anliegend am Bein. Und das sind vielleicht 2-3 Millimeter, wenn es hochkommt. Und ja, finde ich sehr schön. Hat einen schönen Bund. Und ja, passt super. Und hat auch keine Füße. Also beide haben solche Füßlinge, dass da keine, heißt das Füßlinge? Also dass sie halt offen sind, dass man normal Strümpfe und so anziehen kann. Dass man da nicht so gefangen drin ist mit den Füßen. Und selber entscheiden kann, was für Strümpfe und so man dazu anzieht. Dann habe ich mir so kleine Clips gekauft. Ich hoffe, ihr seht das gut. Das sind so diese kleinen Mini-Haarspangen. Die haben jetzt nur 1,50 Euro gekostet. Und da dachte ich mir, die holst du dir auch endlich mal wieder. Und dann zu guter Letzt habe ich mir noch eine Kette mitgenommen aus der Limited Edition von Primark. So sieht die aus. Die fand ich einfach so schön hier gemacht. Hier finde ich, sind ein bisschen arg viel Glitzersteine auf diesen Mitteldingern. Und ich habe es mir da noch echt nochmal überlegt, aber ich fand die trotzdem so, so schön. Da musste die einfach mit. Und die hat hier noch so ein Lederband. Finde ich auch sehr schön. Und ist halt eher was Auffälliges. Also eher mehr für festliche Anlässe. Oder wenn man mal in die Stadt geht oder so, kann man das bestimmt auch mal tragen. Aber eben nicht für den Alltag gedacht. Aber trotzdem fand ich die sehr, sehr hübsch. Und die hat allerdings 10 Euro gekostet, was für Primark doch schon recht viel ist. Ja, das war es dann mit meinem Primark Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!